willkommen beim zombie tutorial für das music easter egg dafür müsst ihr drei teddies aktivieren und der erste ist beim bus depot hier auf dieser bank und da müsst ihr einfach nur vier gedrückt halten oder x auf der xbox ihr wisst wie es läuft so der zweite teddy ist bei der farm in diesem kleinen haus hier oben drin und der ist da auf der matratze auch einfach wieder aktivieren und zu guter letzt sind wir wieder in der good old town und man muss hier einfach die bar aufmachen und dann ist auf so einem auf so einer bank ist der letzte teddy und ich wünsche euch viel spaß bis jetzt bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020